Herzlich Willkommen zurück zu TTT auf dem Airbus mit... Okay, da haben wir was gehört, wir haben noch zwei. Nein, mit Good Gaming, Kunran, Kapuze Wurm, Tau Tau, Gorobai, Dalu und Sponch Pops. Oh, diese Einleitung, Leute. Und das in der Switch. Und auf dem Airbus. Oh, das sind 10 Uhr, ey. Dafür darf der Popsa mich heute nicht prop killen. Ich bin leicht erregt. Was hat er gerade gesagt, ich darf ihn prop killen jetzt? Ja, was hat er gesagt? Sauber, großer. Nein. Wo? Das ist Dalu. Gebt weg. Wer ist hier, Kapuze? Aha, Gorobo flieht schon. Okay, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. Hey, der hat nur einen Schaden gemacht, ich bin Mr. Sepp. Hey, du hast ihn fallen gelassen. Hast du gesehen, wie knapp das war? Hey, Nils ist es. Wer? Ja. Ich hab dich getroffen. Dalu hat ihn getötet. Nein. Kapuze hat ihn getötet. Ich hab ihn auch getroffen. Es ist Tau Tau, Tau Tau, das ist ein Traitor Gun. Was? Ich bin da ganz zu einem Traitor. Oh Gott, ich muss hüsen, Leute. Ist das unter der Treppe ein Traitor Gun? Ja. Nee, da kommt auch ganz zu Mar rein. Nein. Doch, doch. Nein, kommst du nicht. Kann nur der Traitor aufmachen. Okay, frei zum Abschluss. Und Nils hat ihn auch aufgemacht, dann haben wir beide. Brutzig, Brutzig, komm mit. Hä? Gramps ist es. Ja, was denn? Wieso denn ich jetzt? Du hast auf mich geschossen. Ich war gar nicht bei dir, ich war bei Goro. Wer hat hier noch einen Scout? Oh Gott, mein Musenanfall, Leute. Wer hat hier noch einen Scout? Ich hab keine. Es ist Nephi. Ja. Es ist wirklich Nephi. Ey, ich wollte... Tau Tau, hab ihn. Tau Tau ist tot. Und, hä? Nephi. Nephi und Tau Tau. Oh Gott, der explodiert da noch. Ja, es ist Nephi. Tür. Oh nein. Sauber. Okay. Gut gemacht, Nils. Bin stolz. Sehr gut. Ey, aber irgendwie bin ich jetzt ohne, dass die Traitor war, bin ich da runter gekommen. Boah, ich hab ja nur Angst vor diesem riesen Käfer. Ey, könnt ihr das nicht vorstellen, das Ding war riesig. Du hättest ein Bild nicht. Wie soll ich davon ein Bild machen? Ich hab versucht irgendwie mit Fein und Bohren auf Distanz zu erlegen. Fein und Bohren. Der hat gar nicht so eine Breitbildkamera, ey. Das war bestimmt nur so ein kleiner Mike-Käfer. Ich hatte erst das Insekten-Spray geholt, aber das ging nicht. Und dann Insekten-Spray mit Feuerzeug. Muss doch nur was sicher gehen. In der Wohnung. Das war bestimmt nur ne kleine Hummel oder so. Da war bestimmt auch ne Diegel dafür zu Hause und schießt die meines ab, ey. Dinger, monströs. Ohne Witz, für mich war das der größte Käfer, den ich je gesehen hab. Das war sicher nur so ein Nachtflätscherl. Was? Was? Ehm, Nachtflätscher ist doch bestimmt das, was wir schlagen oder sowas nennen. Ist das so der Wildnis in Österreich? War ein Nachtflätscherl. Es war ein Nachtflätscherl. Geht da rein, ey. Ich fang da schon ein bisschen rein. It's on zwischen euch. Tötet euch. Friends is es, weil er will, dass wir uns töten, Nils. Mein Nachtflätscher, Nefi. Tötet euch. Alter, Nils hat wirklich geschossen. Wichtig geschossen, ey. Und Goro auch. Was denn? Und Jacqueline. Ey, Lefi ist es auch. Jacqueline. Goro ist es. Goro ist es. Ist Goro der oder bist du das? Halt. Goro ist es. Er hat jetzt gewonnen. Er hat Dalu getötet. Ne, ich lebe nochmal. Oh Gott, der explodiert immer. Lauf, der sieht gerade aus. Der Monster. Er weiß es genau und rennt trotzdem. Ja. Ich bin weggerannt. Ja, ja. Und Nefi auch. Und Nefi auch. Und Nefi auch. Nefi auch. Der, der nicht hier ist. Wer ist das hier noch? Nefi? Nein, wir waren hier gerade noch. Dann ist es Tautau. Tautau war auch da. Nefi auch. Nefi auch. Nefi auch. Nefi auch. Tautau, schieß da auf mich. Ne. Tautau, schieß auf mich. Ne. Schieß ich nicht. Stell ihn ab. Lügenpresse. Nix Lügenpresse. Du Lügenpresse. Kapuze hochzu. Nefi, ist es okay. Tautau ist es nicht. Nefi. Ja, natürlich ist es. Nefi. Nefi, wenn du wie du bist, kannst du ja stehen bleiben. Kapuze hochzu. Kapuze hochzu. Kapuze hochzu. Kapuze hochzu. Kapuze hochzu. Weil er weiß, dass es keine Heilige sein kann. Ich hab doch gesehen. Weil er weiß, dass es keine Heilige sein kann. Nefi ist es. Nefi ist es. Kann, wir machen seinen Death Ringer an. Hier mit der Faust. Wo ist er? Hier, da. Kommt er aus. Nefi, ist es ein Death Ringer. Er ist es. Ich sag, dass es es da war. Jedenfalls zum Anschwärzen. Erstmal ist es gelogen. Ja. Und zweitens ist es kaputt. Einer von euch muss es sein. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Da ist eine Turtleneid, die ist echt! Ab entschärft. Das fick ich echt! Die ist Kapuze, ich hab's gesehen. Du Wengel. Wer hat beschossen? Ich schieß auf Turtles. Kapuze ist das. Kapuze ist das. Da ist sie. Und guck grimmig. Aber Nefi. Vorsicht, Turtel. Turtel. Besprengt mich. Oh, da kam das Baby von Kapuze. Ach, Mann. Sehr gut. Kunran lebt bei mir. Kapuze hat es geschafft. Nachdem alle eingeschlafen sind, hat er uns getroffen. Sehr gut, Kapuze. Erst hat uns alle müde geredet. Und dann... Das ist... Und Kapuze auch. Ja, die sind so ekelhaft. Ich hab so Angst vor denen. Vor was? Vor den süßen Schildkröten. Vor den Maikäfern. Vor den riesen Brubbern. Das war so ein Headcraft. Von der Größe. Ein Monstrum. Ich bin ja so ein Käfer-Fan. Du bist so wie die Pokémon-Käfer-Sammler. Ja, die mögen die Käfer gar nicht. Goro, ich wollte eigentlich nur... Kapuze töten. Die mögen die Käfer gar nicht. Nein, das wolltest du nicht. Dalu hat geschossen. Ich bin tot. Auf dem Fernseher. Goro, Boy. Da war ein Bild von Dalu drin. Ja, Dalu. Feuer, 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 Feuer. Da, das war ein Mordversuch auf Goro, Boy. Ja. Wer war das? Der Detektiv hat auf Goro geschossen. Frei zum Abschluss. Was machen sie? Ne, Fie geht wieder nach unten, der ist Traitor. Ich bin in der Mitte. Goro ist... Ich hab Angst. Goro? Da unten brennt. Ja? Ich brenne. Ich brenne. Ich lasse jetzt rein. Leid. Ne, da wurde einer erschossen. Da wurde eine getötet. Tautaus tot. Was denn? Herr Traitor, confirm ihn, du Bob! Komm, confirm ihn doch! Oh, er war wirklich ein Traitor. Ja, ich hab doch gesehen, dass er dich umbringen wollte. Wer hat auf mich geschossen, ey. Gut Gaming wollte ich abschießen. Ne, ne. Tut mir leid, Tautaus. Dafür hast du zu lange gezielt auf Nils, ey. Dann ist Nils ja auch safe. Ja. Dann ist es Kapuze. Oh mein Gott, eine Turtle-Nate! Ja, dann ist es wieder Kapuze. Die ist echt. Dalu hat sie geworfen. Ja, weil er einen Traitor hat geworfen. Die ist echt. Die hat sich wirklich geworfen. Ja, natürlich ist sie auch von Tautaus. Achso. Ey, du Arsch! Geh da raus! Ich bin stuck! Geh da raus! Geh da raus! Ich bin stuck! Ich kann nicht! Ich bin stuck! Kapuze! Ich helf dir! Oh. Ach, geh da mit Kundran. Ich helf dir! Geh! Ey, ich hab wieder 10. Geh! Dann ist es Nephi. Kundran oder Nephi? Nein, ich bin's nicht. Kundran oder Nephi? Ja, dann ist es Kundran. Wieso nicht Kapuze? Wieso nicht Kapuze? Dann machst du ein Duell. Ich hab dich doch grad befreit von den Wendkrips! Weil du noch ein schlechtes Verwissen hast. Weil du noch ein schlechtes Verwissen hast. Genau. Warte, da ist Kundran. Sieh ich den abknallen? Ja. Na, wo kommst du denn her? Von unten. Ist es der? Kundran bist du? Von ganz weit unten. Bitte. Vielleicht bist du's. Vielleicht ist Nephi. Kundran bist du? Wir wissen nur, dass es Kranz nicht ist. Kundran? Ja. Ey, Kranz ist Detektiv. Ich glaub' eigentlich, ja wir wissen nur, dass es Kranz nicht ist. Jetzt hat Kundran sich verraten. Kundran, wuchst du, wie wir mit Indusentrickwerden? Ich schieße auf Kundran. Kundran, geh auf Kapuze ein. Kundran, geh auf Kapuze ein. Los. Knall ihn ab Kapuze, mach einfach. Los. Okay boy, wirklich? Hab ich die jetzt okay? Los. Ich glaub er ist es. Hab ich das okay, Botzer? Ich weiß nicht. Ey, zack doch. Jeder muss für sich selbst die Entschlüsse fassen. Es ist Nephi. Nein. Ja, Nephi. Nephi ist es. Aber Kundran kannst du ja nicht buchstabieren, ist das Problem. Ja. Aber ich hab jetzt Nephi. Was ist denn der erste Buchstabe? Er hat sich das Post-it nicht fertig gemacht. Leute, ist es. Eigentlich können wir ihn jetzt hinreden. Ja, dann knall ihn ab. Hey boy. Goro schießt. Oh, was? Ich wollte auf Kundran schießen. Ja. Ich will raus. Ich will raus. Goro schießt hier. Ich glaub ich hab Kundran sogar getroffen. Ja, ist es doch, Leute. Komm, schießt mir auf mich. Schießt schon auf mich. Oh. 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 Komm durch die Scheibe. Durch die Scheibe. Was machen wir, wenn er es nicht ist? Ja, Nephi. Und er war's. Okay. Warum schießt ihr denn nicht mal auf einen, der am Schießen ist? Ich war in dieser Bombe einfach so. Ah, das Problem war, dass du innocent nicht rückwärtsbuchstablierst. Ja. Wir haben uns das alle irgendwo aufgeschrieben. Ich hab's mir tätowiert. Für 400 Folgen hab ich's dabei. Tautau tat mir leid. Du hast da ein bisschen zu lang auf Nils Kopf gezielt. Das hat mir nicht gepasst, ey. Ja. Oh Gott, wir hatten da die letzte ... Ich. Dann schießt Nephi auch noch auf mich. Dann schießt Nephi auch noch auf mich. Ich hab noch ein Detektiv. Äh. Und wegen dir hab ich voll die Karma verloren, du doofer Detektiv. Das hilft nicht, ich helfe es. Bin stuck. Was? Ich hab die Huge. Bitte sie besser. Ich komm zurück, Nils. Dalu kommt zurück, um die Leute abzuräumen. Gehen sie weiter, Detektiv. Schnell jag den Koffer. Wo ist Nils? Ich will ihm helfen. Am vier, der Immaterialien des Pfalz. Ich helfe die Immaterialien. Es ist der Nils. So steckst du dich da so. Und wirklich Nils. Und der Nephi auch. Und der Nephi auch. So steckst du dich da so. Versteck mich nicht, ich beobachte dich. Geh du mal ruhig. Würde ich auch sagen. Ne, dann aktivierst du die Tür. Oh, deactivated hat er da. Und wieder activated. Roll ihn zur Tür. Ey, wer hat da geschossen? Tautau hat gerade geschossen. Tautau hat gerade auf Kapuze geschossen. Tautau? Ich hab's gemerkt. Tautau war's. Was noch? Was noch? Kranz. Okay Leute, einen Taser hab ich noch. Da triffst du eh keinen. Boah, da steht ja auch schon. Hat keiner Angst vor dir. Ja, der von Kapuze. Der kicken Anruf. Hast du mir in den Hinterkopf geschossen, du Bock? Ja, hab ich. Ehrenhafte. Ne, mich nicht. Hast du Leben verloren? Ne, ich wurde schon bevor die Bombe hochgegangen ist erschossen. Aber die Bombe hochgegangen ist. Du hast drei Innos getötet. Rest konnte ich leider nicht machen, weil ich auch dadurch fließen musste. Ja, klar. Musst. Ich hatte ja schon auf Kapuze geschossen, als das Handy anging. Hey, aber ich war zu hart. Ne, ich wurde einfach von wem anders erschossen. Oh nein. Nein. Ne, so macht man das auch. So wie ich es immer und immer wieder schaffe. Hast du gedacht? Oh, und jetzt fließt er immer noch, obwohl wir im Preparing sind. Der nicht Traitor ist. Ich hab hier nen Mistkübel. Eine Mistkübel? Ja. Überall smokes. Können wir in der Tür bleiben. Oh, Kapuze der war schon. Hä? Wo fakest du an, hä? Ah! Gut dran, sorry. Lass mich auch hinten. Ne, lieber nicht. Mikrowellenmörder. Ey, wenn wir mich umbringen. Hier ist doch wieder ne Turtle. Ne, die ist doch wieder echt. Die ist wirklich echt. Oh Gott! Die war von Goro, boah! Goro! 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 Alles klar Leute, Goro ist es, oder? Jetzt sind mindestens drei Leute umgebracht. Was war das? Alle tot. Also mindestens drei. Oh Gott, du darfst da nicht rein. Ich schlag ab. Okay, wie wärs, wenn ich ne Brandkranatte reinwerf? Oh Gott, das find ich nicht okay. Oh, sie liegt genau vor der Tür. Was ehrlich jetzt? Was willst du? Nein. Oh. Wen denn? Oh, warte, das war... Ich hab nen Diegel. Ich hab das nicht. Das war auf anderen Seite. Oh, oh. Vorsicht, hier sind Mörder unterwegs, Kapuze. Du bist doch einer, oder? Mörder. Mörder burnt. Mörder burnt. Hier ist ne Tür oben, jetzt geht die Action, ey. Oben geht die Party ab. Tja, Bossa hat geschossen. Hat jemand die Tür ausgemacht? Oben geht die Party ab. Da wurde einer rausgesucht. Ah, Gnefi lacht sich kaputt, war Trailer bestimmt. Dann ist es Goro. Goro? Ne, das ist Kunden dran. Ne, ich bin's nicht. Boah, wir haben grad nen Püppeltower gemacht. Oh, hier Achtung, hier liegt ein Turtle oben. Oh, Turtle! Woo, Turtle! Dalu! Grants, die Stopp... Du hast nix. Dalu? Dalu ist es! Lauf! Lol. Oh, wer ist es? Easy, das war richtig, Alter. Grants und Kap... Dalu. Grants und Dalu? Tuck! Leute! Goro, hilf doch! Goro ist es! Goro ist es! Hallo? Oh mein Gott, was ne Diegelrunde, ey! Doch, der ist direkt hinter dir umgefallen. Ich hab's dir alle hingerichtet hier. Ich war ja dabei. Oh, was ein Massaker, Jo. Ich hab den Kopf zu spät gesehen, ey. Das Ding ist einfach so stark, ey. Guckt er über den Sitz wie so ein kleiner Lümmel. Und dann fliege ich... Ich mach die Tür auf und gehe ich selbst raus. Wollte mir noch schnell den Grapplo kaufen. Und dann hab ich verkackt, ey. Nils, was machst du so öfters, die meister Zeit? Diegel Headshots? Ja, Hinterkopf, ey. Der Hund, Problem? Nix. Nix, ey. Unährenhaft. Oh, Leute, ich hab den Nami-GP gedroppt. Nein, aus Versehen, oder was? Nein. Mit Absicht. Die Turtle Lane. Erst hab ich das Stofftier runtergeworfen und dann der Echte. Gut gemacht, Goro, dass du das hier deaktiviert hast. Hilf dir auch nicht, vor dem Prop-Gabon zu reden. Nee, ich bin ja deaktiviert. Komm her, ey. Den mach ich. Da, du Fleiß. Ah, ey. Wer hat die Brandnarrie gewonnen? Ne, 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 ne. Bleib doch nicht in deiner Kammer, ey. Was? Er hat ein Baby geschossen. Franz hat ein Baby geschossen und verfehlt. Nein, ich hab ihn geboxt. Doch, er, nein. Der lebt doch noch. Du hast ja auch verfehlt. Nefi hat das Ding ausgemacht da drin. Nein. Tau. Ja, das warst du. War Nefi das? Ich bin doch gerade erst wiedergekommen. Kapuze. Nefi ist es. Dalu steht hier oben. Ey, dahinten. Er hat Nefi gerade auf Kapuze geschossen? Nein. Nefi rennt hier hinten rum. Ich hab den mal im Auge. Wer hat mich da, wer hat mit der Neva gezogen? Wer war der? Ich versteck mich. Das hier war ich. Natürlich war's Dalu. Wo ist Nefi? Da hinten in der letzten Reihe. Da ist ein Business Class unterwegs, ey. Immer die letzte Reihe für Nefi, ja. Ey, die Vase war ein Sammlerstück. Da, ey! Da ist ein Traitor! Da! Kommt Traitor raus Kapuze! Oh, da liegt ein Turtles! Da! Da geht der! Wer? Ah, unten! Wer ist das? Er läuft wieder rauf! Er läuft wieder rauf! Er läuft wieder rauf! Wer geht da gerade hoch? Dalu war im Kopf ganz schön. Er ist in der Kammer. Er ist in der Kammer drin! In der Kammer drin! Hä? Das kann nicht sein. Es ist Dalu. Es ist Dalu. Es ist Dalu. Wenn ihr mich jetzt... Bist du Detective? Ey, wie schaffst du es? Ja, ich glaube schon. Dann hol dir den Golden Diegel. Nils! Alter! Nils war das! Hol den Golden Diegel und schieß auf mich! Hä, wer ist hier drin? Mit ner Golden Diegel bitte! Damit ich noch lebe! Hier ist da jemand drin! Wie schießt du mich ab? No, er hat's geblutet. Da liegt der! Der ist es da! Hinter dir ist es Smutsch! Der da! Der da hochrennt! Das bin ich! Das ist Goro! Ja, er ist es! Was denn? Ey! Es ist ein billiger Move beim Erklären runter zu rennen! Er wollte auf mich schießen! Ey, ist es! Leute! Ich gebe ihm sogar noch First Shot hier! Er und TauTau! Ja, jetzt verraten sie sich gegenseitig! Wo kommt ein TauTau her? Unsportliches Trainerverhalten! Wo kommt ein TauTau her? Ich wurde vergiftet! Ey! Also weh! Goro und Grants! Da! Boatheises! Boatheises! Ja, ach! Sherlock! Was hat der Teufel dir gesagt? Ey! Goro hat auf mich geschossen! Ab! Es lebt keiner mehr, oder? Toll! Tolle Wurst! Goro ist es! Ja! Goro und Grants auch! Und jetzt trinken sie sich auch noch voll! Ja! Erstmal einen Hebel! Erstmal einen hoch! Ist da ein Geist drin? Ist da irgendein Prop drin oder so? Ist ein Prop drin? Ist Nils tot da drin? Du musst sein! Ah! Oh mein Goro! Ja! War der Letzte! Oh ja! Der failed von Kapuza hat mich geholt! Ach ja! Ey, der ist doch von drin, wollte's dir vier liegen! Ja! Das hätt ich doch von drin, hätt ich das entschärbt! Das starb mal, als Gwen! Aber da unten, da ist doch einer! Guck mal da! Hätt Nils mich nicht auf 23 geballert! sich geballert. Wer hat denn da Kundran so eiskalt gekillt? Ja, Goro. Goro, boy. In der ganzen Menge und keiner merkt es. Doch, hab ich ja. Kundran war doch schon 10 Minuten tot oder so. Kundran lag da schon ewig. Wie kommst du noch, dass ich es gewesen bin? Goro fragt gerade so. Du bist doch da drin, ich wollte C4 legen. Ja, aber dann hättest du doch was sagen können. Und ich will Goro wie der Prop Game anfangen und seh nur das T über seinem Kopf. Alter, hier war doch wieder einer im Weg, ey. Your Mom. Your Mom. Bozzo deinem Kopf. Ciao, ciao. Hier ist die Feuerpolizei. Feuerpolizei. Das wäre wunderbar. Der Butterbrand. Der Butterbrand. Kapuza hat mich getötet. Warum bleibst du stehen, du Depp? Kapuza hat mich auch getötet. Ich renne auch ins Feuer. Ich auch. Alle ins Feuer, ey. Wir schneiden. Viruskarma. Oh, da sind schon wieder der Tod. Hier liegen sie alle im Feuer, ey. Kapuza the Murderbird. Komm, jetzt musst du wegen den Leichen hier. Hängen sie auf. Wie war ich das? Rechte Maus, dann linke Maus. Kunran bring ihm die andere. Los, wir müssen ihnen jetzt alle die Leiche bringen. Kommt mal her. Können wir jetzt mal mit dem Gruppenfoto alle? Hier, ich nehm auch keine Waffe. Bleib stehen hier. Goro bei. Leute. Ihr müsst weg. Ihr müsst euch beeilen. Ach, Mann. Bist du hier vor... Hast du ihn, Nephi? Ja, ja. Ist hier noch einer bei dir? Weil hinten ist ein C4 hochgegangen. Ja, hier ist der... Jetzt bin ich! Ach so. Alles gut, Mann. Oder sind alle schon tot? Radar, bitte? Ja, klar. Oh nein. Gut gemacht, Nephi. Aber das wär immer witzig gewesen. Wir haben dir den Waffnungsgedöns. Ha, dat Karma. Alleine Gruppenfoto. Schön. Das C4 war gut, ey. Hat viele mitgenommen. Ich dachte, du hast einen Boom-Buddy dahin gelegt. Mich hat er auch getötet. Gruppenfoto. Ja. Stell mal vor, alles stellt sich hinten an sich. Ja. Gruppenfoto. Nachdem zwei Inos getötet wurden. So, yeah, gut gemacht. Ja, gut gemacht. Ja, die sind ja getötet worden. Ich muss das überhaupt noch von einem Mann, Ino. Nein. Letzte Runde. Goro hier mit seinem Traitor-Pass, ey. Endlich wieder. Ich finde das schon ein bisschen doof. Ja? Einfach mal Geld in die Hand nehmen kaputt. Ja, echt mal. 50 Euro für einen Monat ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Das ist ja. Ich finde ja aber teurer. Ich überlege mal, was du da für einen Mehrwert von hast. Ja, wenn du was hochladen würdest. Ja, deswegen macht das Spiel überhaupt der Spaß. Wenn du was hochladen würdest. Dann war das der Gang da oben auf. Wieder rein. Kurze. Wollte mich dropkillen. Hey, gut gemacht. Als könnte ich das. Als könnte ich das. Grants hat wirklich versucht, win zum Moral. Als könnte ich das. Versuch es nicht strafreich. Doch. Sogar Selbstmordversuch kommst du in den Knast. Als könnte ich. Echt? Ja, weil man deine Jaller hat. Ja. Wenn du Selbstmord nicht schaffst, kommst du ins Gefängnis. Weil du versuchst nicht selbst, um zu... Die komischen Gänge konnten nur Traitor aufmachen, oder? Sag mal, jetzt einmal. Einmal. Wollt ihr Blumen schenken? Und du sagst auch. Du hast mir weh getan. Oh, Alter. Oh, 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 oh. Ich vermisse schon. Schießt. Alle. Das war der Fall. Nils ist der Andere. Nils ist der Andere. Nils ist der Andere. Leute. Was ist... Seid ihr bescheuert? Wer schießt jetzt auf wen? Alter, der schießt auf mich. Kapitze. Ey, wenn das nicht beides Traitor sind, ne? Du hast deine Waffe weggeworfen. Wer ist hier ein Traitor? Das will ich jetzt... Fuck. Ne. Kann nicht sein, ey. Ich hab die Waffe weggeworfen mit dem Kampf. Hast du das gesehen? Erst mal ein Trinken, ey. Alle tot. Warte mal, hab ich noch Punkte? Ach, ich hab noch Punkte. Ich kann mich hier noch voll shoppen, ey. Boah, langes Duell. Huch, was machst du da? Wär so geil gewesen, wenn er wieder reingeworfen hätte. Ja, ist schon so, ne? Ich hab keine richtige Waffe. Warte. Warte mal, hier liegen welche. Der Aktenkoffer, Grants. 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 Unser Spiel. Kommst du? Kommst du? Du bist doch Traitor, du musst mich doch töten. Alle Grants. Andere, anderes Spiel. Oh, das ist nicht wahr. Nein, 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 nein! Nein! Ey, ich lebe noch. Warte, 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 ich lebe noch. Ach, äh, äh, äh. Da hat mich einer aufgeklärt, ist er rausgefallen. Ja. Der ist gleich rot. Warte, nein! Scheiße. Komm, und jetzt müssen wir Goro noch mit den Props töten. Oh. Oh, das... Wie konnte das passieren? Alter, das soll arm sehen. Da hat Grenzen gerade in die Richtung gewesen und dann guckst du weg. Ey, ihr seid bei der ersten Tür, die man hätte aufmachen können, Nefi, genau parallel aneinander vorbeigelaufen. Einer links, einer rechts. Einer rechts. Da hat meine Tastatur so geschlagen, ich dachte, Goro guckt dann zu mir, dann hätte er ihn gesehen, ey. Das Gemetzel am Anfang war so schön, ey. Alle ballern sich ab. Ja, ja. Keiner verstanden. Ja, was? Wer war mein Mitspieler? Ich weiß uns gar nicht mehr. Äh, Tautau war dein Kollege. Ne, Kapuze. Ne, nein. Das ist, man weiß schon nicht. Der beim Geilten war Dado noch. Good Gaming ist der andere. Er war Dado. Ja, Good Gaming hat auch ein Inno erschossen, ey. Ja, aus Versehen. Da war ein Duell zwischen Inno und Trader und er hat einfach den Inno erschossen. Das war eindeutig. Oh, da habe ich ja aus Versehen. Aber guck mal, Goro und ich sind die Besten im Scoreboard heute, das ist ja auch schön. Bootsen! Dado, Dado. Nein, nein. Wieso in der Zeit? Ich war zweimal Traitor in der Hand. Hallo. Hallo, Tautau. Gaming, bist du jetzt Traitor? Was ist du, Dado? Hä, ich bin doch von da vorne. Ich bin tot, Leute. Ich bin tot. Hier ist Kundran. Oh, I am du. It's on. Tautau. Kundran fliegt. Tautau, wer ist denn hier? Kundran macht keine Späße mit, Leute. Ey, da ist die Tür auf Kundran, wir gehen nicht weiter. Dann ist es Dado oder Kundran, Tautau. Ne, Tautau ist tot. Ey, ist es wirklich Kundran? Ne, du was? Nein, Tautau ist tot, der hat kein Rechtsrecht mehr. Ok, du hast gesagt Kundran, oder? Kundran ist auch tot. Kundran ist inno, hier ist inno. Dann ist es Kapuzzo, der will alle verwirren. Nee, nee, dann ist es Kapuzzo oder Nephi. Dado und Totser, Dado und Totser. Doch, Koro, du bist doch ein feige Sau, ne? Gekaufen, was ich runtergekommen bin. Ja, du feige Ratte. Das ist ja das Letzte. Als ich gefallen bin, hab ich dann schnell geschockt. Das ist ja das Allerletzte. Das gönne ich dir nicht. Boah. Ich hab mir gedacht, den konntest du eigentlich gar nicht gekauft haben. Niffy, sorry, 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 Niffy, sorry, Niffy. Boah, jetzt reicht's aber hier heute. Ciao, Leute. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017